Hallihallo! Immer wieder kommt mal in den Kommentaren, es wäre schön, wenn es ein Gitter-Prepository gäbe oder ähnliches, wo der gesamte Source-Code von den Beispielen etc. sind, vor allem von den MVVM-Beispielen und WPF-Beispielen. Gut, ich habe das eine oder andere aufgetroffen, nicht sehr viel, muss ich gestehen. Ja, hier war das, wenn Algorithmen zeichnen, hier ist mal ein Quicksort drinnen oder so, einfach nur als Sample. Auch nicht alles ist Public, aber natürlich fehlen diese WPF-Samples. Die meisten haben mich geschrieben, schreibe mir eine E-Mail und du bekommst sie als Zipp oder so. Haben auch manche in Anspruch genommen. Nichtsdestotrotz, es freut mich sehr, dass jemand hier entsprechend ein, ja, wie soll ich sagen, MVVM with Community Toolkit, also diese Videos von mir, von YouTube-Kanal, entsprechend ein GitHub gemacht hat und eben schaut, diese Themen mit dem MVVM Community Toolkit umzusetzen. Freut mich sehr, ich sehe das mal als große Bereicherung. Ich würde vorschlagen, wer Code braucht, einfach A hier reinschauen, B mitmachen, C die Samples vielleicht auch mitteilen. Ja, finde ich eine coole Sache, wunderbar, ja, sehr öffnig. Danke für dein Engagement hier, das entsprechend zu machen und die Samples auf MVVM mit Community Toolkit entsprechend zu bringen und dann sowas hier auch entsprechend mit MRT zu teilen. Super, wunderbar, wie gesagt, eine tolle Sache, mitmachen und hambleiben.